Wie kann ich die Elixir-App nutzen, um mich zukünftig für Trainingszeiten anzumelden? Zunächst einmal registriere dich in der heruntergeladenen Elixir-App und öffne diese. Du kannst dann oben links aus den drei Clubs auswählen, in welchem du dich befindest. Wir wählen jetzt einmal exemplarisch den Club in Hellersdorf aus. Scrolle dann etwas herunter und wähle Zeitplan Kurse aus. Gehe dann zu dem Tag, an dem du dein Training beginnen möchtest. In der Ansicht siehst du nun verschiedene Trainingsflächenzeiten, a 60 Minuten, die im viertelstündlichen Takt beginnen. Dazwischen sind auch Kurse aufgelistet, die man buchen kann. Du kannst generell jeden Tag zwei Stunden buchen. Diese können entweder aus zwei Trainingsflächenzeiten bestehen, aus zwei Kursen bestehen oder aus der Kombination von einer Trainingsflächenzeit und einem Kurs. Buchbar sind diese Optionen einen Tag vorher ab 12 Uhr. Exemplarisch wählen wir einen Kurs aus, um 8 Uhr, die Wirbelsäule. Klicke auf diesen Kurs und buche diesen unten rechts über den Button. Du wirst gefragt, ob du die Buchung in deinem Kalender speichern möchtest. Bei Ja oder von Nein. Nach dem Kurs möchtest du noch die Trainingsfläche besuchen, also um 9 Uhr. Gehe dann weiter nach unten auf das entsprechende Zeitfenster und buche diesen Kurs. Diese Möglichkeit hast du auch direkt in der Liste auf der rechten Seite über den Button Buchen. Darunter siehst du auch noch einmal aufgelistet, wie viele Plätze noch verfügbar sind. Sei bitte deinen Mitsportlern gegenüber loyal und entferne Buchungen, solltest du nicht zum Training kommen können. Das kannst du hier wieder gleich über den grünen Button machen oder aber exemplarisch in dem Wirbelsäulenkurs, wenn du auf den Kurs gehst und unten rechts Buchung entfernen klickst. Solltest du Fragen zur Buchung haben, dann wende dich an deinen Elixia-Club und stell deine Fragen, damit wir dir helfen können. Wir wünschen euch, dass du die Buchung in deinem Kalender speichern möchtest.